Frau Weidel, Ihre Rede ist so wirr geendet, und das ist schon ein Kunststück bei einer Rede, die so eiskalt und widerlich war, dass selbst Ihre eigene Fraktion vergessen hat zu klatschen, weil sie erstaunt war, dass das das Ende war. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, viele Menschen haben am vergangenen Wochenende mit Sorge auf das geschaut, was bei der Klimakonferenz in Ägypten verhandelt wurde, weil das so wichtig war, was dort verhandelt wurde, weil so sichtbar ist, was die Klimakrise schon heute bedeutet. Die schweren Überschwemmungen in Pakistan, die Hitze, Trockenheit und Wassermangel in Europa. Man kann aktuell auf einer Insel im Gardasee zu Fuß laufen. Und auch hier in Deutschland, und Frau Weidel, wenn Sie über das Ahrtal reden und nicht über die Klimakrise, dann haben Sie das Thema einfach nicht verstanden. Hier in Deutschland werden viele Menschen in diesem Winter ein zweites Weihnachten feiern, ohne Menschen, die sie in der Flutnacht verloren haben. Menschen, die einen zweiten Winter in kaputten Häusern verbringen werden, ohne Heizung, Hoteliers, die keine Gäste haben, weil ihre Hotels weiterhin Baustellen sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können solche Orte wieder aufbauen. Wir können den Hochwasserschutz verbessern. Wir können unsere Katastrophenwarnsysteme moderner machen. Wir können Löschflugzeuge kaufen für die Waldbrände, die künftig kommen. Aber wir können nicht mehr verhindern, dass solche Katastrophen mehr werden, dass das öfter passiert. Das ist die Vergangenheit. Das sind die Fehler, die schon gemacht wurden. Was allerdings vor uns liegt, das ist die Zukunft. Und wir werden in diesem Jahrzehnt darüber entscheiden, welche Zukunft das wird. Diese Regierung hat zu ihrem Grundsatz gemacht, dass jedes Zehntelgrad Erderwärmung, was wir weniger schaffen werden, einen großen Unterschied macht. Daran richten wir unsere Politik aus. Und deshalb war es auch so wichtig, was bei der Klimakonferenz verhandelt wurde. Deswegen wäre es auch so wichtig gewesen, wenn die Weltgemeinschaft sich auf mehr Ambitionen verständigt hätte. Dass das nicht passiert ist, das ist ein Riesenproblem. Umso wichtiger ist es, dass wir hier in Deutschland eine Bundesregierung haben, die gemeinsam nach Ägypten gefahren ist, mit mehreren Ministerinnen und mit dem Kanzler, die gekämpft hat dafür, dass eine fossile Allianz aus Ländern wie Saudi-Arabien bis China versucht hat, das wichtige 1,5-Grad-Ziel wieder zurückzudrehen. Und die auch dafür gekämpft hat. Und das war ein besonderer Erfolg unserer Außenministerin Annalena Baerbock, dass es endlich eine Vereinbarung für Loss und Damage gibt. Anzuerkennen, dass es eine historische Verantwortung der Industrieländer gibt für die Klimakrise, die jetzt schon existiert. Und dass wir deshalb eine Verantwortung auch haben für die finanziellen Schäden, gerade in den Ländern, die am härtesten betroffen sind und die sich am wenigsten dabei helfen können, das ist ein historischer Erfolg. Und weil in Ägypten so wenig passiert ist, ist es umso wichtiger, dass wir eine Regierung haben und eine Koalition, die gerade hier zu Hause entschlossen vorangeht in Sachen Klimaschutz, die der Welt zeigt, dass gerade ein Industrieland wie Deutschland ins Gelingen kommen kann mit Blick auf die Klimakrise, ins Gelingen kommen kann nach zwei Jahrzehnten von Stillstand, die die Union in dieser Sache verantwortet hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, hinter uns liegt ein Jahr, das aufgrund vielfältiger Krisen schwerer geworden ist, als wir uns das alle gewünscht haben. Und gerade deshalb ist es so eine besondere Leistung, dass wir mit Blick auf den Klimaschutz weitergekommen sind, als viele es wahrscheinlich für möglich gehalten hätten. Wir werden das Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien verdreifachen. Wir werden endlich alle Hürden und Hindernisse aus dem Weg räumen, die Sie in den vergangenen Jahren aufgebaut haben. Deutschland war mal das Land, das die Energiewende erfunden hat. Und Sie von der Union haben viel dafür getan, dass das in Vergessenheit geraten ist. Der Windausbau ist nach 2017 so heftig eingebrochen, dass die Windenergiebranche sogar einen Namen dafür hat, und das heißt die Altmaierdelle. Damit machen wir jetzt Schluss. Und wir haben es geschafft, in einem Jahr, das so geprägt war von den fossilen Energien. In diesem Jahr haben wir es geschafft, den Kohleausstieg in Westdeutschland um acht Jahre vorzuziehen. Zwei Jahre, nachdem der Deutsche Bundestag jemals überhaupt einen Kohleausstieg beschlossen hat. Und ich bin Kölnerin. Das rheinische Revier, das liegt bei mir vor der Haustür. Und wer jemals an einer Kante eines Braunkohletagebaus bestanden hat, wer den Irrsinn der Zerstörung gesehen hat, den diese gigantischen Löcher verursachen, Löcher, die einfach alles fressen, Häuser, Bäume, Kirchen, Straßen. Wer mit Menschen reden musste und denen erklären musste, dass es irgendwen gibt in diesem Land, der es für eine gute Idee hält, die Heimat dieser Menschen, dort, wo ihre Eltern und Großeltern aufgewachsen sind, einfach fressen zu lassen von einem Loch, der weiß, wie wichtig das ist, was wir hier in diesem Jahr erreicht haben. Und wir gehen in diesem Jahr noch weiter voran. Wir haben den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor beschlossen. Wir haben den schlafenden Riesen der Energieeffizienz geweckt. Die Gasheizungen werden ab dem nächsten Jahr nicht mehr neu eingebaut. Wir werden als Bundesrepublik Deutschland aus der Energiecharta, aus dem klimaschädlichsten Vertrag, den die Europäische Union jemals beschlossen hat, aussteigen. Wir haben mit dem 49-Euro-Ticket ein Ticket geschaffen, das das Tarifsystem für Busse und Bahnen revolutioniert. Ein Ticket für ganz Deutschland. Deutlich billiger als nahezu jedes Ticket, was man als Monatsticket in diesem Land kaufen konnte. Was für ein Riesenschritt. Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass so etwas in so kurzer Zeit möglich gewesen wäre. Reicht das alles? Natürlich nicht. Wer die Klimakrise ernst nimmt, der weiß, dass wir uns deutlich mehr werden anstrengen müssen. Im Verkehrssektor alleine, das sagen die Sachverständigen der Bundesregierung, werden wir das Tempo ver 14-fachen müssen. Wir werden den Kohleausstieg im Osten umsetzen müssen. Wir werden eine Solarpflicht auf allen Dächern einführen, um nur einige Beispiele zu nennen. Aber wenn man in einem einzigen Jahr so viel schafft, trotz Krise, dann ist das ein Versprechen an die Zukunft. Dann ist das ein Versprechen dafür, was gelingen kann, wenn man es nur will. Ich stehe hier vor Ihnen als Vorsitzende einer Regierungsfraktion, die mit all ihren Abgeordneten, mit jedem Einzelnen von uns, mit all unseren Ministern und insbesondere ganz voran mit Robert Habeck, jeden Tag daran arbeitet, dass aus dem Müssen ein Machen wird. Das ist unsere Haltung. Und wenn ich in Ihre Richtung blicke von der Union, dann sehe ich das Gegenteil. Sie standen in den letzten 16 Jahren für Zögern, Zaudern und Bremsen. Herr Merz, Sie haben von dem Thema Wettbewerbsfähigkeit eben gesprochen. Und ich sage Ihnen, Sie hätten aus Deutschland lieber ein Industriemuseum gemacht, als sich zu trauen, auf das Thema Innovation zu setzen und mit der Elektromobilität endlich mal einen Schritt in die Zukunft zu gehen. Sie haben uns so lange die Geschichte davon erzählt, dass es zu Kohle, Öl und Gas keine Alternative in der Industrie gibt, dass Sie das wahrscheinlich immer noch gemacht hätten, selbst wenn die ganze Welt schon auf grünen Wasserstoff gesetzt hätte. Und Sie haben so lange ein modernes Einwanderungsgesetz blockiert, bis in der Wirtschaft überall Fachkräfte fehlen. Das ist die Wirtschaftspolitik der Union. Und mit Blick auf China. Sie haben eben auch von China gesprochen. Wenn ich mir anschaue, was Sie in den letzten 16 Jahren mit Blick auf China gemacht haben, dann war das eine Politik, die vor allen Dingen darauf gesetzt hat, wir schauen nicht hin. Wir hoffen, dass Handel Wandel erzeugt. Wir tun zwar nichts dafür, wir gehen immer weiter voran in die falsche Richtung und wir schauen weg. Und ich sage Ihnen, so funktioniert das nicht. So funktioniert das weder wirtschaftlich mit China, was die deutsche Industrie zum Glück auch mittlerweile erkannt hat, und so funktioniert das auch nicht mit Blick auf unsere Werte. Gerade mit einem autoritären Staat wie China braucht es das Thema Menschenrechte. Gerade dann ist es wichtig, auf starke Lieferkettengesetze zu setzen, auf das Verbot von Zwangsarbeit zu setzen und nicht einfach ein Investitionsabkommen mit China weiter voranzutreiben wie Angela Merkel, das die ganze Zeit wollte. Werte und Haltung, Menschenrechte spielen nicht nur in der Außenpolitik eine Rolle, spielen nicht nur im Sport eine Rolle, sie spielen auch in der Wirtschaft eine Rolle. Und dann komme ich zum Thema Klimaschutz. Während die Welt nach Ägypten geschaut hat, hat man von Ihnen, Herr Merz, herzlich wenig dazu gehört. Ich habe mich gefragt, war Ihnen das eigentlich wirklich so egal, was Sie da verhandelt haben? Oder passte es einfach nur nicht in Ihr Konzept? Das Markanteste, was man am vergangenen Wochenende, während die Welt in Ägypten verhandelt hat, nämlich gehört hat, das waren die Aussagen Ihres Vizes Jens Spahn, der sich nicht zu schade war, auf einem Parteitag der Union vor dem Entstehen einer Klimadiktatur zu wahren, nur weil ihm das Buch einer Taz-Journalistin nicht gefallen hat. Klimadiktatur? Ernsthaft? Ich frage mich wirklich, wo will die Union eigentlich gerade hin? So ein Framing, so eine Zuspitzung, so eine überdrehte Polemik hat man bislang in den Debatten nur von der AfD gehört. Und ich sage Ihnen, Sie tragen auch als Opposition eine Verantwortung für die Diskussion, die wir hier führen. Wenn Sie, Herr Merz, bei der Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten von Sozialtourismus sprechen, was vorher nur in rechten Blogs und mit russischer Propaganda aufgeschrieben wurde, und wenn Sie das wiederholen und beim Thema Sozialleistungen von Poleffekten und falschen Anreizen sprechen, dann macht das was mit diesem Land. Dann vergiften Sie unsere politische Debatte. Dann spaltet das da, wo Politik eigentlich Wege suchen sollte, um zu verbinden. Und dann macht das ganz besonders was mit dem Leben der Menschen, die hierhin kommen und Schutz suchen. Für die wird dieses Leben dann deutlich schwerer. Und ich hoffe ganz ehrlich, dass die Union diesen Weg nicht weitergeht. Denn ein Land, das in einer Krise ist, der größten Krise in Europa seit vielen, vielen Jahren, der größten Energiekrise der Bundesrepublik Deutschland, der braucht beides, Regierung und Opposition. Wir brauchen eine Haltung, dass Sie und wir Verantwortung übernehmen, Verantwortung dafür, dass wir zusammen durch diese Krise kommen. Gerade weil wir die Ukraine in diesem Winter, der so hart und kalt wird, wo Russland auf die Infrastruktur geht, wenn wir die Ukraine mehr unterstützen müssen, braucht es Zusammenhalt statt Spaltung, auch in den deutschen Debatten. Und wenn wir die Menschen in diesem Land bei der extremen Inflation, bei krassen Preissteigerungen unterstützen müssen, auch dann braucht es Zusammenhalt statt Spaltung. Wir als Regierung und als Regierungsfraktionen tun alles dafür, um diese Entlastung auf den Weg zu bringen. Vier Entlastungspakete, 300 Milliarden Euro. Das ist unsere Antwort auf diese Krise gewesen. Und wir haben insbesondere die Menschen dabei in den Blick benommen, die die Unterstützung am meisten brauchten. Durch die Erhöhung des Wohngelds, durch den Kinderzuschlag, durch eine Erhöhung des Kindergeldes, des 49-Euro-Tickets und auch die Energiepauschalen. Das sind unsere Antworten. Und deshalb ist auch das Bürgergeld so wichtig, dass die Regelsätze nun hoffentlich, wenn heute Abend der Vermittlungsausschuss zusammenkommt, um mehr als 50 Euro steigen. Das ist ein Gebot des Anstands. Die Kölner Tafeln, die haben mir vor kurzem erzählt, dass sie bei der Essensausgabe momentan nach 20 Minuten schließen müssen. So groß ist der Andrang, dann ist das Essen weg. Das haben die noch nie erlebt. Da kommen Menschen, die noch nie in ihrem Leben vorher bei den Tafeln waren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir heute Abend hier endlich handeln. Ich freue mich, wenn Sie von der Union da heute Abend zustimmen. Aber Ihre Kampagne dafür, dass Sie sagen, Arbeit lohnt sich nicht mehr in diesem Land, die hätten Sie sich wirklich sparen können. Denn das trägt auch wieder nur dazu bei, das Land zu spalten. Und wenn Sie es ernst meinen würden damit, die Interessen derjenigen zu vertreten, die geringe Einkommen haben, warum machen Sie die Kampagne dann eigentlich immer falsch rum? Den Menschen, die wenig Einkommen haben, denen nützt es doch nichts, dass diejenigen, die noch weniger haben, weniger bekommen. Denen würde es doch etwas helfen, wenn man ihre Einkommenssituation verbessert. Was ist denn das für eine Logik? Ich freue mich, wenn wir es heute Abend schaffen sollten, ein Bürgergeld zu beschließen, das mehr ist als eine Regelsatzerhöhung, das den Vermittlungsvorrang abschafft, das Hinzuverdienstregeln verbessert, das Weiterbildung stärkt, das mehr auf Kooperation und Vertrauen setzt und auf weniger Sanktionen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, gerade in einer Krise entscheidet sich eine politische Haltung daran, wie man mit denjenigen umgeht, die am meisten Unterstützung brauchen. Das sind die Menschen, die zu uns fliehen. Das sind die Menschen, die keine Arbeit gefunden haben. Ich bin froh, einer Koalition anzugehören, die sich als Haltung für Respekt, Würde und Solidarität entschieden hat. Offensichtlich ganz im Gegenteil zu ihnen. Katharina Dröge ist Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und hat hier deutliche Angriffe auf die Union und gerichtet und da zu diversen Äußerungen zum Thema Klimaschutz, Flüchtlinge aus der Ukraine und Bürgergeld sich positioniert. Ansonsten erwartungsgemäß natürlich die Schwerpunkte Klimaschutz und erneuerbare Energien im Mittelpunkt. Katharina Dröge war übrigens vor wenigen Tagen Gast in unserem Podcast unter drei. Können Sie doch gut reinhören.